Ich begrüße euch ganz herzlich auf meinem Kanal. Viel Freude mit dem Video! Ich erzähle euch eine Geschichte über den Sternenhimmel. Dort oben gibt es ein Königreich und passiert immer wieder etwas Neues. Ja, ist immer was los. Der König verspürt seine Kraft, hat eine stolze Haltung. Er will auch etwas bewirken, hat tolle Ideen. Die Königin bringt etwas zum Ende. Sie ist sehr kreativ und feinfühlig. Sie hat ihre Träume und ihre Visionen. Ein Gespräch wird heute wichtig sein. Nicht nur im Königshof, sondern im ganzen Königsreich. Jetzt kann man etwas klären, etwas in Ordnung zu bringen. Nur wenn wir anfangen daran zu zweifeln, dann ist das schwierig. Manchmal hat das mit unserer Vergangenheit etwas zu tun. Heute ist ein guter Zeitpunkt, etwas klären und in Ordnung zu bringen. Nicht nur im Königshof, nein, sondern im ganzen Königsreich. Aber viele Menschen zweifeln daran. Bei manchen kommen auch Erinnerungen oder kehrt jemand zurück. Glück von Vergangenheit, mischt sich ein für diese Angelegenheiten. Und das ist kein guter Einfluss. Was aber schön ist, das ist wirklich schön. Glück in die Liebe, Partnerschaft. Und genau das erlebt der hübsche Prinz und die schöne Prinzessin. Jetzt kommt die Annäherung von ihr. Sie besucht ihn und dieses Treffen ist schön und angenehm. Diese Geschichte, was ich euch erzählt habe, hat selbstverständlich astrologische Hintergründe nach indischen Berechnungen. Sonne bewegt sich in Löwe und das bedeutet, der König zeigt Kraft und Stolz und setzt etwas in Bewegung. Immerhin ist es Feuerelement. Die Königin bringt etwas zum Ende. Mond bewegt sich in Tierkreis zeichnen Fischen in Mondhaus Revati. Das ist die letzte Mondhaus und bedeutet etwas zum krönenden Abschluss bringen. Merkur bewegt sich im Diamant. Und das heißt, es ist möglich, krärende Gespräche zu führen. Und diese Position von Merkur bedeutet, dass Merkur in seiner Umlaufbahn erreicht den nähesten Punkt zu der Sonne. Und die Sonnenenergie wirkt auf, beschleunigt einiges und hilft dabei, klärende Gespräche zu führen oder aufklären. Dazu kommt noch ein schöner Jupiter-Aspekt. Ein Merkur-Jupiter-Trigon bringt Glück und Jupiter hat oft mit Gerechtigkeit oder mit einer rechtlichen Lage etwas zu tun. Merkur bildet aber einen Quinkungsaspekt zum Saturn und das entspricht dieser Unsicherheit. Hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Saturn ist nämlich rückläufig. Dann nähert sich eine Verbindung zwischen Jupiter und einem rückläufigen Neptun, einem sogenannten Quadrat. Und das erschwert die Situation. Das hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Oder kehrt jemand zurück von Vergangenheit und macht Schwierigkeiten. Venus nähert sich zum Mars und das bedeutet ein Treffen. Und bei Mars-Venus-Verbindung handelt es sich um die liebe Partnerschaft. Die schöne Prinzessin besucht den hübschen Prinz. Und das war die Hintergrundinformation für meine Geschichte. Und das war diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. Bis zum nächsten Mal. Eure Dendera Susanna Medici. Eure Dendera 유튜� Untertitelung des ZDF, 2020